Natürlich haben wir uns eine Strategie zurechtgelegt, gerade den Rückstand zur Spitzengruppe auch zu holen. Da haben wir, denke ich, richtig cool zusammengearbeitet, aber dann auf den letzten Kilometern, glaube ich, einfach nur hinaus alles geben. Unglaublich genial, dass wir alle drei da stehen dürfen. Ich glaube, das macht es aus, dass es keine Nummer eins gibt, sondern dass wir alle uns da auf einer Augenhöhe bewegen und uns da doch schätzen und einfach Freunde sind. Und das ist das, was zählt und nicht der eine über dem anderen zu stehen. Ich denke, für uns war es einfach ein grandioser Moment heute. Wenn es auch vorher schon mehrere gegeben hätte, wäre es für uns heute genauso toll gewesen. Ob es jetzt einer, zwei oder eben noch keiner gewesen wäre, wäre jetzt egal. Wir freuen uns über den Tag heute und über die Leistung, die wir gebracht haben.